So, hallo an alle zu einem weiteren neuen kleinen Projekt. Wir spielen die Nox Crew Game Show. Natürlich nicht alleine, das wäre langweilig. Wir haben sechs Personen hier, das heißt, wir spielen in Teams. Oder ich spiele in Teams, oder eigentlich sind es dann wir. Und zwar, ich stelle mal ganz kurz die Namen vor. The Feli, Abiana99, Kugelfisch96, Adiyu und Large Carl. Jedenfalls, ja, was oder worum es jetzt hier umgeht, das kann die Feli mal ganz kurz erklären. Ich bin jetzt hier in die Map mehr oder weniger mit reingezogen worden. Ich habe einen Trailer kurz gesehen, sieht sehr interessant aus. Sieht nach Puzzlen, nach Jumpen, alle möglichen aus, auf Zeit und hin und her. Aber hau einfach mal rein, erzähl mal kurz. Also, worum es hier eigentlich geht, das sind kleine Minispiele für Teams, besser gesagt. Und, ja, lassen wir uns überraschen, was hier alles so gibt. Da ist alles dabei. Okay, ja gut, was wir als erstes machen, können wir uns jetzt aussuchen. Es kann nur sein, dass es ein klein wenig durcheinander wird in der Konfi. Wir sind insgesamt sechs Leute, das heißt, es kann mal sein, dass einer zwischendrin durcheinander was redet. Wenn ein anderer am Reden ist, sollte nicht allzu schlimm werden. Wir probieren es einfach aus, wie es läuft. Ich hoffe mal, es wird lustig. Ihr habt das Ganze schon mal gespielt, glaube ich, oder? Also, ich bin da so reingerutscht. Okay, egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Challenge. Die Map gibt es natürlich noch als Download in der Beschreibung mit drin. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich finde die persönlich sehr nice gewesen, so vom Aufmacher an sich. Und starten wir einfach mal. Welche nehmen wir zuerst? Ich würde sagen, wir nehmen den Parkour gleich am Anfang. Der Parkour? Parkour. Medium-Parkour. Das Sprint-Parkour. Impossible-Brew-Parkour. Sprint, okay, sprinten sollen wir. Okay, ganz einfaches Regelwerk. Wir spielen in Teams. Ein Team ist gelb, ein Team ist blau. Also, einfach mal auf eine Seite jeder Stelle eine Team. Ja, ihr seid gerade völlig durcheinander. Also, Team war eigentlich jetzt so gemacht. The Feli, Abi und ich wollten Team Spark bilden. Das heißt, also, der Name, der mir zugeteilt wurde. Ich habe mich nicht selbst Team Spark genannt. Das haben die mich gezwungen. Und die anderen... Eigentlich war Spark-Pau schöner. Und das gegnerische Team heißt dann Team Slenderman, oder? Oder wie wollt ihr euch nennen? Ja, Slender-Fisch. Slender-Fisch. Ja, aber Kugelfisch da ist. Okay. Kann er sich auch aufblähen, der Kugelfisch. Ja, und wie. Okay, es wird lustig. Ja. Kurz gesagt, nochmal kurz zur Erklärung. Ist Parkour, sagt ja schon alles. Welches Team als erstes drüben angekommen ist und auf den Leitern oben steht, der... Das Team hat halt gewonnen, ne? Okay. Dann würde ich ganz klar sagen, eine Schaufel nehmen. Eine Schaufel. Da ist auch ein Labyrinth drin. Okay. Aber bitte nur den Sand da steuern. Wird ein wenig konzipiert werden, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wer will runterzählen für den Start? Warte. Macht Felix. Wollt ihr da stoppen oder geht es einfach nur um die Zeit? Es geht... Oh, es geht gleich los. Okay. Wer zuerst da ist, nicht um eine gewisse Zeit. Nein, es geht nur darum, wer zuerst drüben ist und jeder eine Treppe nimmt. Jetzt. Und los. Es wäre gut, wenn ihr das gefunden habt. Und sucht euch mal jeder einen Weg aus und... Nein. Nein, jetzt... Ah, das war dieser Sprint-Bug. Ah, verzahmt. Ich habe keinen Sprinten drin. Das ist... Das ist das Scheiße mit dem Sprint. Ja, gell. Ruckelt das bei euch auch so komisch? Ich bin schon bei dir hart. Ja, total komisch. Das liegt ja an den Server-Lags. Aber du lagst es echt. Nicht schlimm. Graf, schneller. Ja. Hä, was? Ich bin immer noch am Anfang. Ich kriege den Sand-Blog-Inkirchen nicht weg. Alles. Okay. Ja, zu dem Labyrinth ist es ein Sand-Labyrinth. Auch mal was ganz Neues. Man muss sich den Weg freischaufeln und es ist... Es muss das komplette Team da sein, oder? Ja. Also zum Schluss... Also wenn jetzt zum Beispiel zwei am Ziel sind, genau, wenn zwei am Ziel sind, müssen sie ihm gerade die letzten Waffe zeigen. Genau. Oder? Ja. Boah, was ist das mit den Eisengittern hier? Bin ich ja einzig... Ja, das ist das Labyrinth. Nicht kaputt machen. Wie gesagt, wir müssen uns den Weg durchfahren. Oh, das ist ja schwer. Nee, auf den Eisengittern springen ist schwer. Wie willst du hier durch... Was auch. Du kannst auch unten durch hier einfach, ne? Also auf die alten Gitter, drüber und durch. Okay, ach so, ich dachte, ich soll da auch noch drauf springen aufs andere Eisengitter. Ja, geht auch, aber das geht halt schneller, aber das ist egal. Einfach versuchen, dass man zu uns kommt. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, ich komme. Adam, komm. Was muss ich denn machen? Ich glaube, ich renne einfach durch die... Ich fahre ein bisschen spinnen ins Tisch, es ist egal. Warte, ich weiß, wo der Ausgang ist, ich weiß, wo der Ausgang ist, ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich glaube, ich bin in der Falle. Ende. Du schusses... Nein. Doch, ich bin in der Falle. Du musst jetzt wieder zurück. Ja, ich weiß. Darf ich, darf ich... Kaputt machen? Irgendwo hier unten? Jetzt komm, ja, sei kaputt. Geh schon mal durch. Nee, oben drüber, oben drüber. Okay, oben drüber. Hier. Hab, 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 hab. So, Kugel, wie geht's jetzt hier weiter? Ich bin schon oben, ja. So was kann ich, das hab ich schon geübt. So was kann ich. Was, du hinne? Was, ich komm da nicht mehr. Was ist das? Ah, jetzt. Entschuldigung. Ach, ich bin drüben, ich bin drüben. Ja, ich bin. Ich auch, ich bin oben. Und dann einfach jeder hinten auf so eine dumme Dings stellen, auf so eine Plattform. Okay, aber nicht die Leitern abbauen. Als erstes da steht, hat... Guck mal, so nach dem Motto. Oh, stimmt doch. Am besten gar nichts abbauen. Nee, abbauen ist nicht erlaubt, außer Sand mit der Schaufel. Oh, gut, ich bin drüben. Nur auf die letzte Treppe und dann... Nein, das ist total scheiße. Nein. Okay. Ich bin da. Ich bin hinter euch. Ich bin oben. Ah, verdammte Spinnweben. Nein. Nein. Komm schon. Nein, Leute, was macht ihr? Ich bin schon ganz oben. Ja, reg dich an. Wir brauchen nur noch Ader. Von euch sind da. Okay. Fisch ist eine Schuld. Also, ich bin auch schon oben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich bin auch oben. Komm, Feli. Ja, ich... Bin ich der letzte... Bin ich der letzte in den Lernscherbecken? Du und Feli. Du und Feli sind in den Lernscherbecken. Oh, nein. Du bist dann auch noch mal runter? Okay, Feli, komm, was schaffst du. Sondern jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Jetzt wird es eng. Nein, nein, nein. Ach, komm, anstrengen. Oh, nein. Ich streng mich nicht an. Das ist alles... Adam, du fällst. Du fällst. Nein. Sag ich doch. Los, Feli, gib Gas. Das ist Placebo-Effekt. Wenn ihr sagt, dass ich falle, dann falle ich auch. Ja, deshalb habe ich es ja gesagt. Du wirst es nicht noch. Nein. Ach, Mann, Feli. Adam. Adam ins Wasser. Los, komm ins Wasser. Komm, schwimm es doch nett. Schwimmen macht Spaß. Schwimmen ist gut für die Gesundheit. Natürlich nicht für dich, Feli. Los, komm. Ich bin ja nicht die Einigefrau. Wir haben ja noch eine Frau unter uns. Kugelfisch, willst du noch was dazu sagen? Was? Kugelfisch ist eine Frau? Nein. Adam, du fällst. Kugel, geh auf alles. Nein, 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 nein. Komm, Feli, Konzentration. Du führst. Und, 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 und. Ja, ich muss mich nicht mehr unterkommen. Ja, nein, nein. Jetzt nach oben, los nach oben. Nach oben. Adam. Du musst ganz auf den rechten forsten, gell? Feli, auf den rechten. Auf welchen? Auf den rechten? Auf den rechten. Wer ist in der Mitte von euch? Ich bin in der Mitte von euch. Oh, aber ich habe gerade die kurze, große, längeren Weg genommen. Nee, 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 nee. Darf ich, darf ich die Wunde schlagen? Abiana nach oben, gell? Achtung, Achtung. Bist du schon oben? Nein. Fuck, wir haben Fälle. Nein. Nee. Okay, das war eindeutig. Jo, jo. Aber es war knapp. Also, er ist schon kurz davor. Das ist total Trace in Leiter. Wenn man ein Schiff dran hält und man noch ein bisschen weiter rutscht, dann ist man trotz Ja, das ist immer super hoch. BVP Battle. Nein, 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 nein. Okay, Slash, äh, äh, Slash Spawn. Slash Warp Spawn, ich bin hier. Slash Warp Spawn, okay. Ja, port uns einfach. Ah, ja, port uns. Es geht schneller. Das war also das erste Game, gut. Das erste Game. Wahnsinnig, ganz nice. Äh, wir machen gleich weiter, oder? Wir machen gleich weiter, würde ich sagen. Alter, was war das gerade für mich? Ja, wir müssen kurz auf Alex warten. Hat jemand voll ins Mikrofon reingehustet? Ganz kurz. Achso, ja, gut. Er ist wieder drin. Nein, das ist nicht. Ja. Habt ihr alle voll ins Mikrofon reingehustet? So, so, jetzt, ja. So, das nächste. Slash C-I. Ja, 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 C-I, macht alle mal C-I. Petting-Sou? Ja, das war nicht fest, denn. Da waren ursprünglich mal einige Tiere drin. Okay. Ach ja, 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 da waren Tiere drin. Und dann waren wir drin. Alles fischte Tiere. Und dann. Dann wart ihr drin, okay. Ihr seid zu Tieren geworden. Ja, so verhaltet ihr euch auch. Au, schlacht mich nicht. Schaufel ins Gesicht. So, ähm, nächstes Spiel ein PvP- Ah, die Schaufel. Mach mal Spark, mach mal C-I. Also Slash C-I. Machst du mal? Slash Delete? Äh, D-I. Achso, C, ich wollte schon Slash Delete mal nicht, dass ich jetzt hier meinen Accounten habe. Okay, dieses Spiel ist ein PvP-Spiel. Okay. Das bedeutet, ein Team, wieder eine Farbe. Und drinnen, es gibt drei Runden. Und es geht darum, dass andere Team so schnell wie möglich zu töten mit Pfeil und Bogen. Nur mit Pfeil und Bogen, okay. Nur mit Pfeil und Bogen. Und dann hat nur Lederrüstung. Okay, ist aber blöd, wenn man jetzt vorher schon einen Schaden verursacht hier. Ja, das geht aber wieder weg. Wir machen dann wieder ganz normal, wenn alles weg ist. Ja gut, dann halt mal auf, euch hier zu kloppen. Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn alle? Ähm, ich sehe euch alle. Ein Mann fehlen. Ich sehe euch auch. Äh, Spark und Lajkai fehlen. Nein, ich bin doch genau in Ihrem Reich. Okay, drei Runden, dreimal gewinnen. Ja, kurz Reloaden. Das ist ein Doktor. Jetzt geht's. Gut. Was sieht Spark denn an? Oh, ich bin auch sehr okay. Wunderbar. So, Kugelfisch, du stehst auf Leder, also ab mit dir. Er steht auf Leder, bitte. Nein, dürfen wir erst nach dem Countdown. Warum kriegen wir mit Wuhl in Farben? Ja. Erst nach dem Count, oder? Unschuldig. So, dann würde ich sagen, sie wird Team Orange. Ja, was jetzt? Ja, einfach, ich gehe erst mal zu den Kisten. Okay. Und dann Zeug holen, ausrüsten. Zeig holen, Zeig holen, Zeig holen, Zeig holen, Zeig für die Backen. So, ähm, Runde 1. Einmal alles, einmal durch. Ganz normal, Pfeil und Bogen. Nein, nimm die Runde 1. Adam, Runde 1. Achso. Oh, sorry. Sorry. Ähm, da hat einer, glaube ich, sein Fall vergessen. Adam, du bist in Runde 2 drin. Ich auch. Ja, 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 er solltet grad wieder. Achso. Oh, okay. So. Ähm. Hat einer von euch gerade schon den Pfeil eingesammelt? Ich habe hier, warte mal. Ich habe einen Pfeil hier noch eingesammelt. Ihr braucht den nur ein, äh, also. Ich weiß, Infinity. Bogen hat Infinity. So, entweder ihr seid sportlich und geht die Leiter, oder ihr seid faul und geht diesen... Ja, faul. Ich bin... Nein, ich nicht. Ich bin faul. Wir sehen voll aus wie die aus... Ähm, mit meinem Texture Pack wie Assassin's Creed. Yeah. Echt? Ja, mit meinem Texture Pack sind wir so Assassin's Creed-Style im Moment. Mit Lederrüstung. Abi ist drunter. Ich glaube, jetzt doch die Leitnung, weil ich irgendwie nicht... Ja, ich bin... Ich war faul. Und... Voll ninja-mäßig. Wir gehen jetzt erstmal rein, würde ich sagen. Und dann... Nein, 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 ich bin noch gar nicht da. Ich bin noch gar nicht da. Ja, alle erstmal reingehen, ne? Einfach mal reingehen in diese Wartezone. Ach, komm, F5 kann ich hier nicht. Vogel, komm her. Wartezone. Wartem, da ist Lava drin. Ja, hier ist überall eine Wartezone, ne? Äh? Moment, warte. Warte ich, ja. Ah, okay, gut. Ja, ich... Ja, mach mal die ganzen Türen zu, würde ich sagen. Und nochmal zurückgehen. Jeder an die Tür, wo er gerade rausgekommen ist. Bitte. Ach, komm. Okay. Ja. Und dann müssen wir mal kurz Countdown machen und dann geht's los. Dann zurückkommen wir. Dann geht's los mit Höhthängen. Okay. Okay, bis an die Leiter. Entweder ihr geht unlang oder oben lang und sobald ihr ein Team von den anderen seht, dann... Oh, kloppt mal los, ne? Wenn die, ähm, schlagen tabu oder wie hab ich das verstanden? Okay. Nur Feilen. Nur Feilen vorgen, in Ordnung. Okay. Äh, wird so ein bisschen Schuss laufen. Oh, da hat schon jemand an mir vorbeigeschossen. Ich hoffe, Latschkall hat den Dings ausgemacht. Wow, 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 wow. Und so. WTF, da oben geht's ja noch weiter. Ja. Es ist halt... Wow. Wow, 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 wow. Au, cool. Na, wow. Verdammt. Nein. 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 Jawoll. Ich bin raus. Weiter geht's. Wow, Kugel. Nein, 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 die kommen hier oben alle. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich kurzer, lass mich kurzer. Wir werden gewinnen. Yes. Es gibt drei Runden da, das ist doch so recht, ne? Ja, und ich bin tot. Au. Ich bin fast weg. Ja, ich bin raus. Hä? Ah, von da, ah! Nicht von Latschkall, sie sind von einer anderen hergeschossen worden.